man wie viel titan braucht noch mal der darum zu einem von denen zu machen egal erstmal auf der datenkultur das ist wichtigste jetzt wo wir die lagekapazität und alles haben so und er gibt mal noch hier eine schicht runter ach jeden stein und leiter ja hier hinten ist ein ziemlicher komplex jetzt entstanden oberhalb meiner festung unterhalb ist noch nicht so viel was bringt es dann hier runter zu meinen da fällt mir ein da wäre platin die höhle sieht ja noch schöner aus ja orkhäuptling ein schamane ein ork vier punkte drei war ich erst einmal nur man merkt dass ich jetzt ziemlich gut Forscher habe so und ich habe holz also erstmal hier schließen und dazu muss ich das ding mal eine weile aus dem weg packen wie das hier aussieht ich könnte die umgehen und in die räume rein buddeln ich könnte aber einfach mal hier ich könnte die umgehen und in die räume rein buddeln ich könnte aber auch einfach mal hier nach unten buddeln um in die beiden räume rein zu kommen so von dem raum aus komme ich in den raum und den raum meide ich erstmal noch werde ich hier weiter diese löcher stopfen so ich gehe erstmal was essen genau komm da ich nicht weiß wie schnell ich an titan rankomme hallöchen goblins das ist jetzt fast schon niedlich irgendwie sagt hallo zur prügeltruppe so so rollen wir uns mal ihre vorräte hier und halten uns mal dezent von dem raum der weg fährt rüber hier kann noch eins hin und soldatenkultur jawoll mal so stelle ich mal das da hin dann steht das nicht im weg mit mit der pipette so ach so nur was da grad mit bauen beschäftigt das ist kein problem aber ist kein problem so machen wir wieder das zu dann mach das zu dann mach das zu das und zu guter letzt das das liegt schon wieder wie so ein bug so jetzt aber oder jawohl jawohl und das dann bitte danke danke ja sieht doch schon mal um einiges besser aus ich könnte da noch zwei feuerlampen hinstellen was habe ich denn noch so an beleuchtung die gut aussieht Tomalin Feuerschalen auch wenn das ein bisschen komisch wirkt die da hinzu so hinzustellen aber wenn wir es schon können so dann brauche ich die so dann brauche ich die so dann brauche ich die von denen kann ich mir grad mal einen leisten egal so soldatenkultur habe ich das heißt es geht jetzt auf die Forscherverbesserung damit wir dann auch das gold den goldfluss anwerfen können wie zur hölle hast du dich da unten rein boxiert also ja ich glaube ich schließe auch das loch hier wenigstens sobald ich hier ein bisschen mit schließen fertig bin so ist was wo ist der andere ach der ist da okay den habe ich jetzt in die kacke boxiert hat es noch gereicht ja gott sei dank ja hier drüben ist nichts mehr hier wäre noch etwas stein da muss ich aber wieder aufpassen in die richtung ich will aber auch mal weiter in die richtung bitte danke so noch sechs punkte dann haben wir den stetigen goldfluss dann mache ich hier mal zu so isoliere ich mal den schacht das ist schon mal eine gute idee nämlich ach ja äh statuen wo habe ich übrigens meine beiden ach so die habe ich noch gar nicht gebaut ja das soll ich dann erstmal nachholen so so oh ein goblin der titan bewacht warum nicht hol ich mir mal meine truppe hol ich mir mal meine truppe und schick sie mal auf den goblin los ja ein goblin der titan bewacht ist auch schon mal nicht schlecht titan und eisen also noch mehr trainingsfiguren für uns und ein bisschen platin gold können wir nämlich immer gebrauchen so gehen wir an impulation zugriff auf bessere pflanzen in wir sondern die in Vielen Dank.